Jau! Dann wollen wir den vorigen Mal in die Luft hin. Fertig ist er. Wir haben unser Geruch und der Tower teilte uns mit. Das sei eine wundervolle Aussicht auf uns. Also, und fürs Zeiten, wir heben und ab und beginnen uns nun auf die Flughöhe von ungefähr 80 Metern. Mehr oder weniger. Obwohl, ich denke, eher mehr. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß hier auf diesem Flug. Abonnieren! 5,8,7,6,5,4,3,2,1 Abonnieren! 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 Dad! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.